Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Zweibert. Mein Name ist Robert Zralacek und ich bin Albert Bozesan. Und heute haben wir unsere allererste Entrepreneurin im Podcast und zwar Dorothea Haider. Nach einigen Jahren bei Nachhaltigkeitsprojekten der UN und als Beraterin bei Unternehmertum hat sie dieses Jahr Tuesday Co. gegründet. Wenn ihr in München herumlauft, fragt ihr euch vielleicht, warum so viele schöne Cafés und Restaurants tagsüber ungenutzt bleiben und abgesperrt sind, während Freelancer und Startup-Gründer daheim sitzen und immer einsamer werden. Das Problem löst Tuesday. Eine Sache vorweg, diese Folge ist wie auch alle vorherigen Interviews keine Werbung und wir fanden das Thema einfach nur kulturell sehr wichtig und wollten wissen, wie man aus so einer coolen Idee ein Startup bastelt. Viel Spaß! Herzlich willkommen! Ja, hi! Du bist Dorothea Haider und hast Tuesday gegründet. Wie funktioniert das denn genau in so wenig Sätzen wie möglich? Tuesday ist ein Coworking-Space ohne eigenen Coworking-Space. Also wir haben eine Coworking-Space-Kette gegründet. Das funktioniert so, wir nehmen Locations, die normalerweise tagsüber geschlossen sind, aber die voll möbliert sind. Und die nehmen wir dann tagsüber, um da einen Coworking-Space reinzumachen, wie zum Beispiel Restaurants oder Bars. Genau, im Augenblick haben wir fünf Locations in München und alle Locations sind halt erst abends offen ab 17 Uhr oder 18 Uhr und da können wir dann eben jeden Tag einen Pop-Up Coworking-Space reinmachen. Und ist das vergleichbar mit WeWork bzw. seht ihr die überhaupt als Konkurrenz? Also im Gegensatz zu WeWork, genau, da sehen wir uns auf jeden Fall als eine Ergänzung. Und noch dazu, ich komme ja so aus der Nachhaltigkeitsecke. Ich habe ja selber bei den Feind Nationen gearbeitet und lange halt zum Thema Nachhaltigkeit geforscht und auch Startups, also nachhaltige Startups beraten, auch beim Climate Kick. 40 Prozent der CO2-Emissionen kommt wirklich aus der Baubranche und ich sehe es nicht als notwendig und sinnvoll, immer weitere riesige Bürokomplexe zu bauen und da eben Ressourcen reinzustecken, nur dass die Leute da arbeiten können. Wenn wir gleichzeitig in einer Stadt wie München jeden Tag 8000 Locations haben, die einfach leer und geschlossen sind und komplett eingerichtet und funktionsfähig. Was habt ihr da vorgemacht? Die Tertilia, die hat International Management studiert und hat dann in verschiedenen Startups gearbeitet, auch bei einem großen hier in München, was sehr erfolgreich ist. Genau, dann hat sie mit dem Ziel gekündigt, selber ein Unternehmen aufzubauen und hatte erstmal nur so ihre Ideenliste und hat verschiedene Ideen halt durchgearbeitet. Und das ist auch was, was wir eigentlich immer sagen, auch um andere Gründer zu motivieren. Es war bei uns nicht so, dass wir einmal am Morgen aufgewacht sind und wir wussten, was wir tun und dann hat sich alles von selber gefügt. Es war Arbeit, zu der Idee hinzukommen und klar ist auch, dass es ein Thema, was mit unseren Werten halt total übereinstimmt. Die Tertilia kommt vor allem aus der Ecke Future of Work und ich vor allem aus der Ecke Nachhaltigkeit. Und deshalb passt das total gut zusammen und auch unsere Kunden sind halt Leute, wo wir Lust haben, mit ihnen zu arbeiten. Aber trotzdem, also es war harte Arbeit, es war nicht einfach so von einem Tag auf den anderen. Das fand ich sehr motivierend auch für andere, dass man sich wirklich jetzt keinen Kopf macht, wenn man nicht sofort schon weiß, was man machen will. Und was habe ich davor gemacht? Ich habe Kulturwirtschaft studiert in Passau und war dann eben bei den United Nations und bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Chile. Und ich habe dort selber eine Community aus nachhaltigen Startups aufgebaut. Also genau, wir haben Events organisiert, um Gründern zu sagen oder zu zeigen, warum und wie kann man nachhaltiges Business aufziehen, also ökologisches. Genau, das habe ich fünf Jahre gemacht und dann war ich jetzt die letzten vier Jahre Gründungsberaterin bei der Unternehmertum und bei der TUM. Genau, und da hat man natürlich viele Business-Ideen schon gesehen. So, das hilft wahrscheinlich schon ein bisschen. Auf jeden Fall, die Unternehmertum kennt man auch ganz lustig, da haben wir schon ein paar Storytelling-Workshops gegeben. Was waren denn die größten Herausforderungen mit Tuesday? Also das ist, glaube ich, unterschiedlich. Bei der Cecilia, oder sagen wir mal bei mir, war tatsächlich die größte Herausforderung eine persönliche. Weil ich war eben dann vier Jahre, seit ich wieder in Deutschland bin, war ich ja fest angestellt. Und für mich selber war es komisch zu sehen, wie sehr ich mich daran gewöhnt habe, angestellt zu sein. Und auch, ich hatte Angst davor zu kündigen und das war wirklich ein Schritt für mich zu sagen, nee, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte mich selbstständig machen und auch wenn ich nicht weiß, wie es dann weitergeht, und wir hatten ja auch noch keine Finanzierung, einfach diesen Schritt zu gehen und dann auch mit Eltern, also das ist wahrscheinlich was, worüber die Gründer oft nicht reden, aber ich war ja dann erst mal arbeitslos gemeldet. Und das den Eltern zu sagen, ja, ich bin jetzt arbeitslos, offiziell ist das mein Status, das war schon auch im Kopf eine Herausforderung für mich persönlich. Und bei der Cecilia war es, die hat ja eben schon im Mai letzten Jahres angefangen mit Tuesday, bei ihr war es auch halt so lange weiterzumachen, auch wo sie noch keine zweite Person hatte. Also wir haben uns ja erst im September dann kennengelernt bei dem Programm, wo ich Beraterin war. Genau, und das war, glaube ich, für sie persönlich die größte Herausforderung. Und wenn man das aufs Business sieht, da ist auch einfach, ich glaube, es ist trotzdem eher so persönlich die Sache, dass man halt jeden Tag daran glaubt. Und da ist es total schön, dass wir zu zweit sind und uns halt gegenseitig unterstützen können. Wenn der eine mal zweifelt, dann ist immer der andere da, der auch eben die positiven Sachen sieht. Und eigentlich kriegen wir jeden Tag so viel gutes Feedback, was ist schon beeindruckend. Du hast es jetzt schon ein bisschen angesprochen, trotzdem wollte ich sie nochmal explizit stellen. Als ich gehört habe, dass man jetzt in Cafés und existierenden Restaurants jetzt Coworking machen kann, war mein erster Gedanke, ja, kann ich das nicht eh schon? Also es setzen sich ja Leute mit einem Laptop in den Starbucks und so. Magst du nochmal genau den Unterschied nennen? Ja, gerne. Das war auch tatsächlich ein Modell, was wir zuerst gefahren haben. Also wir haben Cafés und andere Locations gelistet, die sowieso offen sind und wo man sowieso arbeiten kann. Also eigentlich im Prinzip haben wir für den Nutzer nur den Wert halt generiert, dass der Nutzer auf unserer Website sehen konnte, okay, wo gibt es eigentlich Wi-Fi und wo ist jetzt offen. Und es hat aber als Idee für uns nicht funktioniert. Und der Unterschied ist, dass wir jetzt ja Locations nehmen, die wirklich explizit für Coworking sind. Und das heißt, wenn ich als Nutzer in eine Location komme, dann weiß ich, da sind auch alles Leute, die hier arbeiten wollen. Es gibt nicht nebenher noch einen anderen Betrieb, irgendwie von Leuten, die sich halt doch nur auf einen Kaffee treffen oder Leute, die da halt einfach den normalen Kaffeebetrieb suchen. Sondern es ist wirklich halt Coworking. Das macht einen entscheidenden Unterschied. Was wäre denn deine Empfehlung? Man sieht oft Studenten oder gerade wir, die ja Turm BWL studiert haben oder studieren, dass sich Leute direkt so ins Geschäft stürzen. So, jetzt habe ich irgendeine Idee und ich gehe da jetzt Vollgas hinterher und tue alle Ressourcen dahinter. Du meintest ja, das hat eine Weile gedauert, bis ihr was gefunden habt, was jetzt vielleicht auch klappt. Und ihr hattet Erfahrungen vorher. Also aus deiner Beratersicht, würdest du empfehlen, dass man sich einfach so reinstürzt? Oder was ist ein erster Schritt, wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte eigentlich direkt Startups starten nach dem Studium? Also klar sind hilfreich die ganzen Methoden wie Business Model Canvas und Lean Startup, dass man sich wirklich überlegt, wie kann ich halt einen Prototyp billig und schnell bauen, ohne jetzt irgendwie 10.000 Hardware-Devices anschaffen zu müssen oder irgendwie riesige Mieten zahlen zu müssen oder was auch immer. Und gleichzeitig ist es so, wenn du nicht anfängst, dann wird es auch nichts. Also ich habe auch, also bevor ich die Cecilia getroffen habe, ich habe so viele Ideen gescreened und wirklich ganz viel darüber nachgedacht, möchte ich das machen oder nicht. Und immer gab es irgendwas, wo ich mir dachte, nee, es klappt nicht. Und vielleicht ist das auch, ja, es ist wahrscheinlich von Person zu Person unterschiedlich. Es gibt Leute, die haben so ein größeres Risikoprofil und manche haben eben, haben das nicht. Ich würde einfach sagen, man muss einfach anfangen, weil sonst wird es nie was. Stimme ich zu. Und was, sorry, was auch hilft, ist natürlich darüber reden. Und gleichzeitig gibt es so viele Leute, die immer dir sagen werden, nee, das kann nicht funktionieren. Das heißt, da würde ich empfehlen, dass man halt wirklich genau guckt, mit wem spreche ich denn. Weil ich habe oft das Gefühl, auch unter vielen Beratern, es ist so leicht zu sagen, dass es nicht funktioniert und dass man mal jemanden findet, der einen motiviert und sagt, hey, cool, geht er weiter. Das ist eigentlich selten. Und klar ist auch, die erste Idee wird wahrscheinlich nicht so genau bleiben. Aber wenn du dich mal reinstürzt und anfängst, dann entwickelt sich daraus was. Und dann kriegst du irgendwann auch den Dreh so hin, dass es ein Businessmodell wird. Wenn ich es mir so überlege, ich glaube, wir hatten, also wir machen ja vorrangig lustige Werbespots. Also wo wir sagen, okay, hey, da muss jetzt ein Twist rein. Wir halten nichts von Imagefilmen, weil wer schaut die? Und dann wollten wir uns auch irgendwo bewerben bei einem Förderprogramm. Und die haben auch einfach gemeint, so ja, hey, das geht ja nicht. Es gibt genug Produktionsfirmen und Videografie gibt es schon, wo ist eure Neuerung? Und das will doch keiner, das ist eine viel zu kleine Nische. Naja, klappt. Ja, voll. Und macht super viel Spaß. Habt ihr Vorbilder für euer, also für wie ihr ein Unternehmen führt? Vorbilder, ja, ich denke schon, die Sessi und ich, wir haben beide halt Mentoren oder Leute, die uns, also für mich persönlich, deren Arbeitsweise ich halt gesehen habe und wo ich sage, wow, das ist irgendwie echt eine coole, eine coole Art, eine gute Herangehensweise. Ja, genau, also ich habe auf jeden Fall noch sehr engen Kontakt zu meinem ehemaligen Chef, der Martin Halbe, der jetzt selber auch wieder unter die Gründer gegangen ist und der ist einfach eine super Unterstützung. Und bei der Tutile ist es tatsächlich auch jemand, mit dem sie früher gearbeitet hat. Aber es gibt so viele, es gibt ja aus allen möglichen Bereichen, es gibt viele Leute, wo man sich Sachen abschauen kann. Und mit denen man dann auch gut über die, hast du ja auch schon gesagt, über die Sachen reden sollte. Genau, also ja, manche Mentoren sind eben wirklich so persönlich für einen da und bei manchen, die kennt man vielleicht gar nicht persönlich, aber sieht, wie die ein Business führen und sagen, wow. Wir haben auch die Erfahrung gemacht manchmal, dass man auch Leute, die man nicht persönlich kennt, auch manchmal mit einem Rat, mit einem konkreten Rat auch anschreiben kann und dann kommt auch was zurück und zwar meistens auch sehr durchdachte Sachen. Total, ja, ja. Und gleichzeitig ist es so, also sehr viele Leute geben sehr viel Rat und man muss für sich selber auch entscheiden, was dann das Richtige ist und was nicht. Das ist immer ganz interessant, wie sich das jetzt auch im Startup und beim Gründen widerspiegelt, weil den Rat haben wir auch bekommen, was einerseits Witze schreiben und andererseits Drehbuch schreiben angeht. Von außen erkennen Leute oft, dass es ein Problem gibt mit irgendwas, aber sie können dir nie die richtige Methode sagen, wie du es reparieren kannst oder irgendwie verbessern kannst. Also die zweite Hälfte des Rats kann man meistens dann einfach entfernen und dann das erste wertschätzen. Wir waren, also bevor wir hier in diesem Büro waren, saßen wir im Media Lab Bayern. Also das ist eigentlich staatlich gefördertes Coworking. Und da ist uns aufgefallen, dass viele Leute sich absichtlich abschotten. Also die haben teilweise wirklich so Bauschutz-Kopfhörer aufgesetzt, damit man sie bloß nicht anspricht. Und seid ihr dagegen? Wollt ihr explizit diesen Austausch fördern? Oder gibt es auch eine Möglichkeit, okay, ich möchte jetzt hier wirklich nur privat sitzen? Also im Augenblick ist es so, also die Sache ist schon, man möchte sich konzentrieren, wenn man da arbeitet bei uns. Und es ist wirklich so, eigentlich die meiste Zeit sitzt man halt eher still nebeneinander und dann zum Mittagessen hat man eben die Möglichkeit, so viel zu reden, wie geht. Aber da ist es auch von Location zu Location unterschiedlich. Also das Blitz zum Beispiel wird jetzt schon auch von Leuten genutzt, um da Calls zu haben. Aber abschotten sehen wir nicht. Also ich kenne das auch aus anderen Coworking-Spaces, dass man sich wirklich so Aufbauten macht. Das ist ja bei uns einfach nicht möglich. Man muss ja am Abend alles mit rausnehmen, einfach genau, weil die Location ja doppelt genutzt wird. Ihr lauft da immer auch mit in die Locations rein oder läuft das dann von sich alleine? Ihr setzt sie auf und dann… Jeden Tag, meinst du? Ja, jeden Tag. Es ist so, wir haben unsere Space Captains, das sind die Leute, die tagsüber den Space betreuen. Man kann sich das so vorstellen wie bei Car2Go. Wenn ich Nutzer von Car2Go bin, dann bekomme ich ja, wenn ich mich freiwillig bereit erkläre zu tanken, bekomme ich Freiminuten oder bei so Initiativen wie der solidarischen Landwirtschaft, wenn ich am Feld mitarbeite, dann bekomme ich das Gemüse for free oder günstiger. Das ist bei uns auch so. Die Space Captains sind selber Nutzer von Tuesday und dafür, dass sie mindestens einmal die Woche halt dann so eine Schicht übernehmen, dürfen sie den ganzen Monat for free alle Spaces benutzen. Und genau, da haben wir halt mit den Space Captains geregelt, ja, dass die einfach wissen, wie mache ich die Location auf, was muss ich beachten, wenn die Leute in den Space reinkommen. Wir schauen auch, dass es halt Leute sind, die halt Bock haben, die Leute willkommen zu heißen. Und ansonsten ist es nicht viel Arbeit, man hat dann ungefähr irgendwie so zehn Minuten mal, man checkt die Leute ein, man macht einmal Kaffee und zeigt den Leuten, wo was ist und das war's. Ja, ich habe auch gesehen, dass ihr sehr schöne Locations habt. Also hier bei uns um die Ecke, da sind wir überhaupt auf euch gekommen, im Nudo, aber auch im Holzkranich. Da muss man eben auch nicht so viel möblieren und WeWork gibt sich ja so ein riesen einheitliches Designkonzept und so weiter und da fehlt auch ein bisschen die Vielfalt. Das fand ich auch ein cooler Ansatz davon. Bezieht sich Tuesday auf den Wochentag? Fand ich nur interessant. Es bezieht sich, also erstmal der Name kam daher, es gibt zwei Gründe für dich, warum du bleiben kannst. Einerseits, weil du essen kannst am Abend dort oder eben in der Bar was trinken kannst, aber der andere Grund ist eben, tagsüber kannst du da arbeiten. Also two reasons to stay. Ah, sehr cool. Okay. Genau, weil du angesprochen hast, so die Möblierung, für uns ist das auch wirklich ein Teil davon, was es so schön macht. Also jede Location ist anders, jede Location hat aber Tageslicht, also das ist uns zum Beispiel wichtig, dass es halt gut belichtet ist und wir behalten dabei gleichzeitig so eine Art Lokalkolorit. Und ja, man kann sich halt jeden Tag überlegen, ja welches Setting ist jetzt für mich heute besser? Eher, ja eben Blitz, haben wir ja so die mexikanischen Malereien und in einem anderen ist es eher gemütlich, mit viel Polstermöbeln oder dann auch in anderen Locations hast du eher die normalen, konventionellen Tische. Das ist uns wichtig. Und wir sehen auch, dadurch, dass wir halt so sehr verwurzelt sind mit den einzelnen Spaces, sind wir auch sehr eben so lokal und tragen dazu bei, dass die Nachbarn kommen. Das ist sehr fußläufig, auch zum Beispiel in der Westermüllstraße, das ist ja in Glockenbach. Die Leute kommen wirklich aus der Nachbarschaft und dadurch fördern wir auch ein bisschen die Nachbarschaft unter sich, also genau, dass das Viertel gestärkt wird. Schön, das ist dann nicht nur ein Arbeitsplatz, sondern man kann sich da auch irgendwie treffen. Absolut. Das ist auch genau das, was wir sehen, was unsere User brauchen und suchen. Also wir targeten ja dadurch, dass wir auch einen so niedrigen Preis ansetzen, ganz andere Leute jetzt als in anderen Coworking-Ketten. Die Leute bei uns sind wirklich größtenteils Freelancer mit einem Hang so zur Kreativität und die können und wollen sich einfach nicht die teureren Preise leisten. Und die Leute, die zu uns kommen, die sind eben ganz oft normalerweise im Homeoffice und werden da auch einsam. Also das ist ein Thema, was wir selber auch kennen, Cetilia und ich, dass wenn man im Homeoffice arbeitet, dann wird man einfach einsam. Und die Freelancer, die bei uns arbeiten, bestätigen das. Und die suchen eben den Connect zu Leuten, die in derselben Situation sind wie man selber, die also auch im Homeoffice alleine arbeiten. Und gleichzeitig, genau, sucht man halt nicht den Kontakt zu anderen Corporate-Angestellten, die auch in meiner Erfahrung jetzt eben in großen Coworking-Spaces kein Interesse daran hatten, sich auszutauschen und zu connecten. Stimmt, da gibt es manchmal den Fall, dass BMW sich dann einmietet in die obere Etage von dem WeWork und dann ist da einfach ein günstigerer, zentraler Arbeitsplatz für die. Genau, ja. Das ist ein signifikanter Impact auch. Ich frage mich gerade vielleicht, also du kennst dich wahrscheinlich da besser aus, ist Einsamkeit eigentlich ein Sustainable Development Goal zufällig oder irgendwie Mental Health oder so? Einsamkeit nicht und Mental Health, soweit ich weiß, auch nicht. Okay. Noch nicht. Vielleicht unter Medizin oder irgendwie sowas fällt das dann. Das würde mich auch zu der Frage bringen, so welchen Impact habt ihr denn kulturell vor? Also welchen wollt ihr haben, wenn jetzt alles ideal läuft? Genau, wir wollen den kulturellen Impact, also wir wollen einfach wirklich die Freelancer zusammenbekommen und auch kulturell oder so die Future-of-Work-Bewegungen gibt es ja genug Studien, die zeigen, dass eigentlich in 2020 schon 40 Prozent der arbeitenden, also Bevölkerung unabhängige Arbeitende sein werden. Vor allem in den USA, da ist es natürlich noch schneller und weiter vorne. Aber auch genau kulturell ist es einfach so, die Menschen wollen flexibler arbeiten. Man will auch nicht mehr so weit pendeln müssen, um dann in einem riesigen Bürokomplex an einem kalten Schreibtisch zu sitzen, sondern sich eben flexibel da hinsetzen können, wo man gerade möchte. Und wir suchen auch und wir befördern auch den Connect der Menschen untereinander, also der Freelancer. Wir machen Events wie zum Beispiel so Cowork und Lunch. Das ist ein Event, das ist so einfach und total beliebt. Also man sagt einfach, okay, ab 8.30 Uhr wird geco-worked und zwar jeder für sich in Stille und dann ab Mittagessen hat man genau diesen starken Moment, wo man sich austauscht und connectet. Das ist für mich eigentlich der Impact, den wir haben wollen. Kann ich da als Neugierer einfach vorbeigehen und einfach sagen, okay, ich setze mich jetzt hier rein? Ja, genau. Das funktioniert auch so. Ja, also das Ticket kauft man sich dann online, aber du kannst es auch einfach, du kannst kommen, dich reinsetzen und dann irgendwann halt dein Ticket kaufen. Und das ist uns halt auch wichtig, dass es nicht so streng ist, sondern dass wir halt die Leute wirklich sehr herzlich bekommen heißen. Man setzt sich erstmal hin, man kommt an und dann fängt man an zu arbeiten und holt sich halt dann das Ticket. Wenn du ein Buch empfehlen könntest, welches wäre es? Wahrscheinlich den Mamm-Test. Das ist so ein Buch darüber, wie man zukünftige oder tatsächliche Kunden interviewen kann, ohne sie schon im Vorhinein zu beißen. Genau, weil klar ist, wenn ich jemanden frage, so hey, ich habe hier mir voll viel Mühe gegeben, was zu entwickeln, wie findest du es? Dann wird die Person natürlich sagen, ja, total toll. Und der Mamm-Test ist in jeder Phase halt sehr hilfreich, sowohl wenn man noch gar kein Produkt hat und erstmal so den Problem-Space halt erkundet oder auch wenn du schon so ein Sales bist. Wie schreibt man das? Mamm wie Mutter, M-O-M-Test von Rob Fitzpatrick. Cool. Sehr gut. Was ist denn euer größtes Ziel mit Tuesday? Also wie groß soll das werden? Ja, wir haben diese Zahl von, also wir wollen einerseits wirklich die größte Freelancer-Community in Europa werden und wollen 1500 Spaces in Europa haben. Dadurch, dass wir halt sehen, dass die Nutzer total lokal kommen, können wir zum Beispiel in München in zehn verschiedenen Stadtvierteln halt einen Space haben. Und auch jetzt sehen wir schon ganz konkrete Anfragen aus Augsburg, aus Rosenheim, Ingolstadt. Und da eben melden sich auch schon die Space-Captains, die sagen, wow, ich möchte diesen Space halt selber leiten. Ich habe eine Community an Leuten, die genau passen würde. Und das ist genau der Schritt, wo wir jetzt gerade sind, dass wir eben so viel wie möglich eben daraus eine sich selbst verwaltende Community machen und den Space-Captains das Tuesday-System in die Hand geben. Total coole Sache. Also mir gefällt dieser Ansatz sehr, weil man sieht ja so viele Räumlichkeiten, wenn man mal durch die Straße läuft, wie viele Cafés eigentlich tagsüber nicht aufhaben. Oder irgendwelche Galerien. Ja, genau. Und also ich wollte noch was sagen, du hast noch gefragt zu den Vorbildern. Ich finde, viel hilft auch in ganz andere Geschäftsmodelle reinzufuchsen oder reinzulesen. Ich habe ja eben schon Car2Go erwähnt oder auch Jodeln zum Beispiel. Das ist ja auch eben eine App, die sehr Community-gesteuert ist. Und die inspiriert uns sehr auch für unser eigenes Modell. Und das Gute ist, dass Jodeln eben nichts mit Working zu tun hat. Und deshalb genau aus anderen Bereichen sich so Space-Captains anschauen. Inwiefern ist das relevant für euer Modell? Wir wollen ja genau eben eine Community aufbauen von Leuten, die sich gegenseitig unterstützen, die aufeinander bauen und die auch das Betreuen der Spaces eben übernehmen. Und deshalb ist für uns der Community-Aspekt total wichtig. Verstehe. Super, cool. Ja, vielen Dank. Das war's schon. Super, dass ich hier sein durfte. Dankeschön. Dankeschön. Bis vorbeikommen. Das war's schon wieder mit dieser Folge 2Bert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß wie immer und lasst euer Abo und euren Like da, damit wir das weitermachen können. Wir hören und sehen uns nächste Woche. Das war's schon wieder.